Moin, moin, liebe Hancocker, Freunde und Bekannte. Hier ist er wieder, der Boxgurt Olaf. Heute ist Freitag, der 11.12.20, 18 Uhr und es geht wieder los. Hancock TV hat eröffnet. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid motiviert und habt Bock. Wir müssen heute, wir haben unsere 60 Liegestütz machen. Es geht weiter. Meine Susanne hat gesagt, die ist so fleißig am Trainieren, es wird tatsächlich besser. Also Training, Training, Training und es wird besser. Kurze Frage, sind die Kinder dabei? Dann würde ich mich freuen. Bitte, bitte, bitte der Couch aufstehen, Klamotten haben und dann geht das los. Ich finde, wir machen gar nicht so viel schnacken, sondern wir fangen gleich an. Und ganz wichtig, heute übernimmt die Susanne das harte Workout-Training für uns. Ich freue mich jetzt schon. Also, seid dabei, es geht los. Schön locker, vielleicht mal kurz Hallo sagen, wer ist alles da? Und wagt ihr fleißig über den Tag, habt ihr ohne 60 Liegestütz schon mal gebracht? Rechts und links die Schultern locker anheben. Leitfüßig auf der Stelle Peter. Sehr schön, beide Schultern anheben. Und die Hände an die Schultern und die Ellbogen vorwärts reißen. Wie gesagt, gebt gerne eine Rückmeldung, wie weit ihr sagt, wenn ihr die Stützen. Und wenn ihr eine Idee habt, was wir mit euch trainieren sollen oder dürfen, dann gerne mal melden. Wechsel rückwärts. Sehr gut. Und locker twistern. Schüttel sparen. Locker, locker, locker. Schultern breit stehen bleiben. Locker stehen. Nur den rechten Arm vorwärts kreisen. Vorsichtig. Locker kreisen. Nur den rechten Arm. Sehr schön. Beine nicht umgedrücken. Bauch auf Spannung. Nur locker vorwärts kreisen. Wechsel. Und wechsel vorsichtig. Wir bereiten uns schon momentan auf die Liegestütz vor. Das wird heute schön. Schön in den Arm kreisen. Und locker. Auf den unteren rechten Arm. Schön locker. Sehr gut. Gut. Wechsel. Linke Arm vorwärts, bitte. Locker stehen. Nur kreisen. Sehr schön. Wechsel rückwärts. Schön auskreisen. Locker, 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 locker. Und den Arm nur rauf und runter. Vor, zurück. Nur locker ausschaukeln. Ganz entspannt. Sehr gut. Beide Arme rechts, links, locker, strecken. Im Wechsel. Nur ganz entspannt. Schön vorsichtig. Die Durchblutung fördern. Zack, zack. Und rechts vor, links, zurück. Wir sagen mal Hallo. Ingo, schön, dass du da bist. Wolfgang, Alex, Lukas. Und wer ist das? Friedi. 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 Schön, dass du da bist. Oder Fremi. Friedi. Keine Ahnung. Meine Blog kann ich schreiben, ich kann nicht lesen. Sorry. Locker kreisen. Wechsel. Wechsel. Schön. Runter vom Tofa. Locker mitmachen. Einfach nur die Arme mitnehmen. Sehr gut. Und wieder oben, unten die Arme. Schön locker. Strecke. Super. Und wieder locker. Okay. Okay. Wir bleiben stehen. Nur im Wechsel mit einzelnen Stößen. Linke Faust, rechte Faust. Nur locker stoßen. Jeder für sich. Eins. Im Wechsel. Nur locker stoßen. Elbow im Körper. Baut auf Spannung. Die Beine nicht durchdrücken. Nur locker. Einzelne Stöße. Nicht ins Gelenk schlagen. Einzelne. Locker. Locker. Einzelne Stöße. Nur zum Übern. Zum Ausprobieren. Zack. Zack. Schön locker arbeiten. Aus der Deckung. Wenn es geht. Ich habe jetzt schon Angst. Die ersten zehn Liegestütze sind schon gleich da. Geht gleich los. Schon locker. Sehr gut. Macht ihr das. Jetzt Wechsel. Rechts, links. Rechts, links. Nur locker. Ein, zwei. Ein, zwei. Sehr schön. Rechts, links. Aus der Deckung. Mitschlagen. Locker arbeiten. Sehr gut. Macht ihr das. Wir fangen wieder mit links an. Drei Stöße. Links, rechts, links. Locker stehen. Ein, zwei, drei. Nicht ins Gelenk schlagen. Nur locker stoßen. Ein, zwei, drei. Links, rechts, links. Sehr gut. Nur mal noch mal als Tipp, damit das nicht vergessen wird. Freitags bietet Kirsten Yoga an. Den Link habt ihr. Bitte nicht vergessen. Immer 17 Uhr bis 18 Uhr habt ihr auch die Möglichkeit Yoga zu machen. Kirsten Yoga an. Kirsten Yoga an. Und dann könnt ihr mitmachen. Und Wechsel. Rechts, links, rechts. Locker arbeiten. Ein, zwei, drei. Sehr gut. Ein, zwei, drei. Super. Schön. Schulter mitnehmen. Sehr gut. Wir machen das im Stehen. Und wieder locker. Schön die Arme. Wir bleiben hier locker stehen. Und die Hände nur nach hinten ziehen. Nur locker ziehen. Schön den Brust hinein. Liegen uns und pumpen. Richtig schön die Brust öffnen. Die Arme schön schlecken. Zack. Bauch auf Spannung. Reizziehen. Schön den Rücken hinein. Zack. Ich habe das eben schon zwei, drei Mal gemacht. Bevor wir angefangen sind, hat es bei mir jetzt mal geknackt. Das heißt, dementsprechend ist die Muskulatur und der Rücken auch verspannt. Sehr gut. Schön öffnen. Sehr schön. Und jetzt arbeiten wir nach vorne. Richtig schön in die Schulter hinein. Vor und zurück. Zack. Zack. schön die Schulter mit reinnehmen. Nach vorne. Lösen. Die Muskulatur. Schön arbeiten. Sehr gut. Hier ist ein bisschen spattelig aus, aber egal. Es macht was mit uns. Rechtser Arm nach oben. Schön lang machen. Linker Arm nach unten. Schön strecken. Schön lang. Beine nicht durchdrücken. Wechseln. Gegen gesetzt. Schön stippeln. Sehr gut. Und wieder wechseln. Lang machen. Schön strecken. Und wieder wechseln. Schön diagonal den Rücken. Arme lang machen. Und wieder locker. Okay. Fangen wir an. Die ersten zehn Liegestütze haben wir verdient. Ist doch super. Runter. Und wir ziehen das durch. Gemeinsam. Achtung. Mit ihren Mutter. Fertig machen. Augen gehen los. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Für die, die neu sind. Sorry. 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 Vergessen. Es gibt drei Variationen. Liegestütze zu machen. Auf den Knie. Oder die Hüfte. Ich zeig das gleich nochmal. Da kommen wir da nochmal hin. Oder eben die normalen Liegestütze. Okay. Nur locker. Stehen wir wieder. Rechts. Links. Nur aufwärts. Zack. Mitteln. Locker. Auf. Auf. Zack. 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 Etwas schneller. Locker. Arbeiten. Beine nicht durchdrücken. Nur die Arme hochziehen. Schön sauber. In. Bam. Wenn wir uns das Kinn schlagen wollten. Locker. Bauch ist auf Spannung. Schön. Aber. Eins. Zwei. Drei. Zack. 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 Sehr gut. Mathilde. Sehr schön. Und wir bleiben in der Schnelligkeit. Und jetzt Arme gerade. Und locker. Mitnehmen. Schön locker. Etwas schneller. Zack. 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 Sehr gut. Mach dir das. Sehr schön. Etwas schneller. Komm. 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 Zack. 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 Atmen. Nicht vergessen. Etwas schneller. Noch fünf Minuten. Jetzt starten wir. Zack. 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 Und Zeit. Wow. Habt ihr schon Hallo gesagt? Dann sage ich einmal Hallo. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr auch vom Sofa runter und ins Sportzeug. Und macht auch mit. Oder konsumiert ihr nur. Sehr gut. Wollen wir den nächsten Zill machen? Ja, oder? Das schaffen wir. Jetzt geht los. Runter. Wie gesagt. Möglichkeit. Entweder auf den Knien. Hüfte absetzen. Oder der Liegestütz. Geht los. Wir machen zusammen. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr gut. So. Schon wieder zwanzig Stück. Erde. Schön locker. Werft noch da. Kai Uwe. Schön. André Schüller. Und René fliegt. Schön. Liebe Grüße an Papa. Schön, dass ihr da seid. Klasse. Klasse. Okay. Hier bleiben wir stehen. Fäuste am Jochbein. Jetzt, wenn die linke schlägt. Als Pasta ein linkes Bein. Nach vorne. Und wenn die rechte kommt. Kommt das Bein zurück. Und die Faust geht zum Jochbein. Links schlägt als Pasta. Zurück die rechte Faust. Nur locker. Eins. Zwei. Locker. Eins. Zwei. Links. Rechts. Selbes Bein. Linke Faust. Linkes Bein. Und Pasta. Zurück die rechte. Eins. Zwei. Zack. Zack. Als Bewegung spielen. Sehr gut. Eins. Zwei. Denk um. Links. Rechts. Links. Rechts. Schon locker. Eins. Zwei. Und wie gesagt. Wer kann, macht Tick schneller. Und wie noch nicht übt sind. Wir machen Tick langsamer. Kein Problem. Eins. Zwei. Und jetzt geht's. Tats. 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 Links. Rechts. Eins. Zwei. Denk um. Nach oben. Links. Rechts. Sehr schön. Super. Eins. Zwei. Schultern mitten in den Rumpf. Mitten in die Spannung. Auf dem Bauch. Links. Rechts. Eins. Zwei. Sehr gut. Macht Tick. Und jetzt kommt ein Tick schneller. Zack. Eins. Zwei. Ein. Zwei. Denk um. Nach oben. Linke Faust. Linkes Bein. Beim Drückziehen. Kommt die rechte Faust. Eins. Zwei. Zack. Zack. Sehr gut. Als Kombi. Und das Ganze jetzt bitte als Aufwärtshaken. Auch wieder linke Faust. Linken Fuß nach vorne. Beim Drückziehen rechts. Eins. Zwei. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Rumpf der Bange drehen. Eins. Zwei. Und jetzt bitte noch einmal seitwärtshaken. Auch wieder synchron. Links. Rechts. Rumpf der Bange drehen. Eins. Zwei. Links. Rechts. Schön vorrätig. Jeder seinen Rhythmus wie er kann. Und sonst die Körner schneller. Eins. Zwei. Zack. 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 Sehr gut. Klasse. Ecke umlassen. Elke um mir zurückführen. Schön sauber arbeiten. Okay. Noch einmal Kompliment. Wer mitmacht. Ist natürlich mega dabei. Und Olaf sagt einfach nur, wir schaffen das. Corona kann uns mal. Okay. Nächster Liegestütz. Zehn Stück wieder. Jeder für sich. Wie er kann. Okay. Fertig mal. Und geht los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super. Wenn ihr die Zehn ordentlich macht. Und immer mitmacht. Alles gut. Den darf ich noch begrüßen. Freue mich. Hannes. Doreen. Und Tolja. Wow. In diesem Sinne. An alle, die da sind natürlich. Okay. Wir wechseln jetzt bewusst die Auslage. Wir schlagen mit dem rechten Hand und dem rechten Fuß gerade. Beim Trübschen kommt die rechte Faust, rechter Fuß, beim Trübschen kommt die linke. Locker in den Schritt reinkommen. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zack. 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 Schön locker arbeiten. Und wenn einer kann, macht er eben halt schneller. Das ist das Schöne in dem Fall hier, dass die Profis, wenn sie sich selber fordern können, und dementsprechend viel, viel schneller und mehr machen können. Die Ungeübten machen ihren Rhythmus und versuchen reinzukommen. Und ich als Mittel-Kofi mache einfach locker mit und gehe schön nach Hause und kann nicht schlagen. Ist doch alles super. Okay. Wieder locker stehen. Aufwärts. Das ist sehr viel Grün. Auf. Rechtes Bein. Rechte Faust. Und beim Trübschen kommt links aufwärts. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Zack. Zack. Sehr schön. Dann denkt ihr, dass es nicht nur die Arme sind, sondern der Rumpf. Hier die Bewegung. Und den Rumpf mit einnehmen. Eins. Zwei. Zack. Zack. Jetzt kommt alles auf den Bauch heraus. Sehr schön. Eins. Und etwas schneller. Zack. 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 Jetzt kommt der Rumpf. Jetzt kommt der Rumpf. Jetzt. Gement. Ist das nicht schön? Meine Sportler müssten jetzt alle 230 Liegestütze machen. Stütze jetzt. Komm hier miteinander. Okay. Machen wir schnell. Für. Macht zusammen mit uns zusammen. Das sind aber extra zehn Liegestütze. Geht los. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr gut. Bleibt der Hände stellen mit meinem Bein. Aufwärts. Respekt. Gesünder wird bestraft. Zack. Schwer ziehbare Erwachsene. Komm in den Knast. Überraschung. Eins. Zwei. Zack. 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 Und bitte noch einmal seitlich zacken. Seitlich den Arm mitnehmen. Und zurückziehen. Eins. Zwei. Noch mal warten, ob man kann jetzt nicht. Wenn der Schritt reingeht, den Fuß nicht so weit zurück. Und dann bleibt immer schulterbreit. Eins. Zwei. Immer eine Linie, dass wir den Rumpf einsetzen können. Locker arbeiten. Und was man alles decken soll. Das macht das nicht so einfach hier auf der Plattform. Kann man jetzt sehen und korrigieren. Ich muss alles erzählen und darf nichts vergessen. Eins. Zwei. Und ein bisschen schneller. Zack. 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 Sehr schön. Die Deckung hat natürlich oben, liebe Susanne. Das ist auch nicht oben. Oh, ha. So. Der Mann, der schnell zählig ist, der merkt das gar nach. Jetzt ist der vierte Durchgang. Das ist immer ein Geschraubbildgestütz. Runde. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super. Mega. Mega. Wer geht mit. Herrlich. Voll sein Lochbein. Der Untergrubehänd. Nur nach rechts und links rüber meiden. Nicht umkippen. Schulterbein stehen. Die Beine in die Tasse. Rüber gehen. Nach rechts und links. Ruhigen. Dickbreiter stehen. Rüber. Neun. Eins. Zwei. Lockern den Bein. Die Bewegung. Und jetzt müssten einige Sportler wach werden. Das ist ja ein bisschen Skifahren. Das ist so ein bisschen das Gewicht verlagern. Und wenn ihr jetzt auf die Kufen geht, dann macht ihr sozusagen schon die Bewegung. Genau. Jetzt bleiben wir stehen. Und wenn wir von rechts kommen, haben wir das Gefühl, wir müssen rechts mitschlagen und von links links mitschlagen. Und dann haben wir das. Und noch mal mit arbeiten. Eins. Zwei. Drei. Vier. 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 Zack. Schön in die Decken. Wenn wir da rein arbeiten. Und jetzt ein bisschen schnell anme pastorale Bewegung mitschlagen. Schön locker. Oberkörper mit Einsetzten. Atmen. Schön locker. Zack. 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 Bäb. Jetzt gleich muss ich mal aus dem Bild und muss dann ja eine auf den Nacken klopfen, weil sie das alles gerade anders machen, als sie es sein. So ist hier die Bewegung. Und jetzt aufwärts, einfach mitnehmen. Zack, zack, aus der Malmöhe kommt der Mitstoß beim Mal. Nach rechts rüber und dann kommt der Mitstoß. Nach links rüber, Mitstoß, rüber, Stoß. Zack, zack, aus der Deckung. Sehr schön. Super, Mann. Sehr schön. Das ist hier schon ein bisschen Technikübung. Sehr gut. Zack, zack. Schön sauber. Und dann kann man wieder schneller. Eins, zwei, zack, zack, zack. Und Backrollen, das ist sehr gut. Und wer weiß das? Nämlich der Mike Tyson. Der konnte aus dieser Pendelbewegung unheimlich gut mitschlagen. Wir bleiben mit dieser Bewegung und meiden bei der Freilinie. Schön, dass du da bist. Klasse. Du toller Typ. Der ist im Moment sehr fleißig, der Frank. Und natürlich viele von euch sind fleißig. Und jetzt leidwärts mitnehmen. Zack, bap, bap. Schön in die Bewegung reinkommen. Zack, zack. Reinkommen. Die Bewegung ist wichtig. Meiden, mitschlagen. Zack, zack. Meiden. Frank, lass die Deckung oben. Kolja. Seht ihr das? Ich gehst nicht wieder in die Meidenbewegung. Ja. Und Kai Uwe macht schon wieder Pause. Ich kann mich sofort drehen. Der sitzt schon wieder auf dem Stuhl und lacht sich tot, weil er sich klappt. Aufwärts. Zack, zack. Bap, bap, zack. Kurze Bewegung. Ansatzlose. Bap. Rüber gehen. Und nochmal gerade schütteln. Zack, bam, bap, zack. Sehr schön. Arbeiten. Sehr gut. Und schön, dass du da seid. Und dass wir jetzt zehn Liegestütze haben, oder? Herrlich. Wie viele Drogen haben von der Schuppel? Vier. Jetzt kommt der Hügel. Meine Frau, die schuppelt nicht. Vier plus die zehn Liegestütze, die wir als ... hatten. Und geht los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Super. Herrlich. Fertig auf der Audio, ne? Oder habt ihr das schon Pause gemacht? Ja, 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 ja. Immer dran denken. Ich hab euch lieb. Und das ist gegenseitig. Ich drehe das um, dann habt ihr mich auch lieb. Achso. Ne. Ihr habt mich trotzdem lieb. Alles klar. Super. Okay. Dann machen wir nochmal kurz eine kleine Spur, damit wir auch warm werden. Dann locker nur die Knie anheben. Und denken, nicht krampeln. Und ruhig ruft eventuell jemand. Und jetzt arbeiten wir nochmal aktiv. Nur locker. Zehn Sekunden. Ganz entspannt. Und zehn Sekunden Dauerschlagen. Und hoher. Schön locker. Zack, 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 zack. Arme lang. Vorwichtig. Schön locker. Und locker. Wieder gleichmäßig. Schön locker. Ganz entspannt. Nur so ein bisschen laufen. Wir machen noch ein bisschen Intervall. Damit wir gut schlafen können. Und Power. Sehr gut. Ellenbogen geht schön wieder zurück. Die Deckung oben lassen. Fäuste schlagen mit. Sehr gut. Und locker. Und wir dann denken, die Profis machen doppelt so schnell wie der alte Manier. Und die Körner ziehen trotzdem mit. Und Power. Und die Newcomer machen locker mit. Komm, 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 komm. Noch fünf. Locker. Und wieder locker. Schön. Entspannt. Super macht ihr das. Noch vier. Drei. Zwei. Fäuste umlassen. Power. Zehn Sekunden. Jawohl. Stecker. Komm, 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 komm. Locker. Und wieder schwer. Ruhig atmen. Gleichmäßig. Sehr schön. Noch zwei. Eins. Power. Zack, 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 zack. Sehr gut. Komm, 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 komm. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Locker. Sehr schön. Tief los. Locker, locker. Aber wir gehen noch zu mir vor. Ich muss ja mal fragen, Bruder. Gibt es da draußen noch gut? Ja? Oh, komm, 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 komm. Alle da. Sollt ihr mitmachen oder nicht? Die anderen. Locker. Komm. Komm. Zwei. Eins. Locker. Eine Minute noch. Warte, 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 warte. Gibt es da wirklich schon nach Hause? Haben wir. Noch drei. Zwei. Oh, Power. Komm, komm, komm. Sehr schön. Drei Mal. Ha. Schaffen wir. Komm, warte, warte, warte. Achtung. Zwei. Eins. Power. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Wollen wir werden das Wolfgang schon im Bett hieß? Wolfgang, komm, noch. Warte, 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 warte. Ingo, ich brauche noch ein Zeichen. Bist du noch da? Keine Ruhe, warte los. Was ist mit Pause? André, tue nicht. Bist du dabei? Power. Komm, voll, komm, komm. Wo sind die Frauen? Los, komm, komm, komm. Letztes Mal. Locker, 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 locker. Ein noch. Für den Trainer. Und für Susanne. Fremmer. Kopf, komm. Achtung. Zwei noch. Eins. Oh, Power. Komm. Zack, 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 zack. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein, locker. Komm. Ein noch für Susanne. Schaffen wir. Eins, wie schöne Susi. Ha. Meine Frau, die Susi. Achtung. Und Papa. Sehr schön. Komm, weiter, weiter, weiter. Komm. Drei. Zwei. Und locker. Ein noch. Bitte. Ein noch. Ein noch für die Kinder. Ein noch für die Kinder. Sehr schön. Für die ganzen Kinder in dieser Stadt. Achtung. Für alle Kinder. Draußen. Alles. Yeah. Noch fünf. Vier. Drei. Drei. Und weiter, 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 weiter. Und Zeit. Juhu. Vier Minuten. Alter, weiter. Achtung. Hier. Guckt hin. Falt anlassen die Klau. Könnt ihr das sehen? Guckt mal. Könnt ihr das sehen? Vier Minuten. Ha. Herrlich. Und wisst ihr, was gut ist? Wir haben jetzt eine aktive Pause. Erstmal, dass ihr da seid. Ihr zieht durch. Danke für die Unterstützung. Und zehn Liegestütze. Achtung. Ganz schnell. Wir brauchen keine Kauze. Aktive. Und geht los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Super. Wir haben gesagt, jeden Tag. Jeden Tag. Und beim Training sowieso. Aber jeden Tag einmal 60 Liegestütze irgendwie hinkriegen. Das ist eure Aufgabe. Das ist die Challenge. Das schafft ihr. Ja. Ich würde sagen, der Anfang war schon gut. Jetzt übergebe ich meine Frau. Es fällt. Und die wird uns jetzt mal noch ein bisschen quälen. Also nochmal für euch. Herzlichen Dank. Ihr seid spitze. Ihr seid toll. Und jetzt ist Susanne dran und die macht euch fertig. Ja, mein Lieben. Darüber, mein Scherz. Die wollen nicht alle sehen. Du bist hübsch. Wir wollen ein bisschen was für unseren Bauch tun. Und das auf eine andere Art, als ihr kennt. Okay? Wir gehen auf den Boden in den Vierfüßlerstand. In die Mitte weiter. Ich kann das nicht. So, jetzt ist man durch. Ja. Hier, perfekt. So. Ich muss mich noch einmal besser angucken. Also, wir gehen in den Vierfüßlerstand. Wir richten euch aus. Achtet darauf, dass die Hände ungefähr und die Gelenke ungefähr unter den Schultergelenken sind. Die Kniegelenke mit der Hüfte eins haben. Jetzt vermittelt mal euer Gewicht. Schiebt euch mal ein bisschen nach hinten und nach vorn. Bleibt in der Mitte her. Und rollt euch mal ein und aus. Ein und aus. Wir machen also einen Kerzenbuckel. Und zieht wieder durch die Lanken gerade. Wir mobilisieren gleich auch unsere Bandscheiben. Das tut ihr gut. Das mögen die sehr gerne solche Bewegungen. Ist gleich ein Nebeneffekt dabei. Und wenn ihr jetzt schon mal anfängt, mit dem Einrollen den Bauchnabel nach innen zu ziehen und auszuatmen. Also, einrollen. Einatmen. Locker. Ausatmen. Bauchnabel nach innen ziehen und festmachen. Einatmen. Locker. Weiten. Ausatmen. Bauchnabel nach innen ziehen. Den Bauch anspannen. So. Wieder los. Das macht ihr jetzt selbstständig. Noch mindestens vier Mal. Hush mitmachen. Los. Die Technik. Also, ja, ja. Hush, hush, komm. Über diesen Stress. Sehr gut. Jetzt bleibt. Atmet einmal kurz durch. Fährt weg. Ist noch ein bisschen Anstrengung. Falls nicht, ist es auch gar nicht schlimm. Ja, mit ein. Mit der nächsten Ausatmung zieht ihr den Bauchnabel nach innen. Spannt den Po an. Lass den Rücken dran. Zieht die Schulterblätter nach hinten unten, sodass der Rücken ganz gerade ist. Sehr schön. Jetzt stellt ihr die Fußspitzen auf. Und hebt die Knie so ganz mindestens nur vom Boden ab. Und die Kraft kommt immer wieder aus dem Bauch. Wenn ihr das dort nicht spürt, probiert das nochmal aus. Was könnt ihr verändern? Mehr Bauchspannung. Da hinten und nach vorne. Probiert das aus. Und haltet. Ablegen. Und einmal kurz durchspannen. Wichtig ist, dass die ganze Kraft immer auf eurer Körpermitte kommt. Das ist das Arthroh. Das heißt, alles was ihr tut, wenn ihr den Körper anzuspannen, also Bauchnabel nach innen zu ziehen, zu halten, wenn ihr nicht genug spürt. Also das Gefühl hat, da passiert noch gar nicht viel. Das macht gar nichts. Wichtig ist, dass ihr haltet. Halten, halten, halten. Probiert das mal aus, wenn ihr die Hände auf den Bauch legt. Ihr atmet ein. Der Bauch wird groß. Und mit der Ausatmung sagt ihr immer. Also ihr pustet richtig raus und zieht den Bauchnabel nach innen. Also. Und das Gefühl, was ihr jetzt habt, das ist ein richtiger, fester Bauch. Und geht noch weiter. Ihr arbeitet fließend weiter. Macht ihr schön rein und kommt wieder hoch. Ganz knapp wieder mit dem Kinn nach oben in den Stütz. Der Bauch ist fest, der Bauch ist aber nach innen. Sehr gut. Und abnehmen. Mal nach hinten ziehen. Ihr seht, auch die Fersen. Arme lang. Nach oben kommen. Wieder. Gleiches verteilen das Gewicht. Auch die Hände verteilen. Auf die Knie. Möglichst nicht. Wenig Gewicht auf die Knie. Hüße aufstellen. Einatmen. Mitte aus. Bauchnabel mit dem blauen Schmack. In den ziehen. Spannung halten und hochkommen. Wieder Millimeterarbeit. Knie sind in der Luft. Halten. Halt. Sehr schön. Ellbogen sind leicht gebeugt. Nicht durchgedrückt. Soll ihr Kraft bringen. Halten halten. Halt den Bauch noch. Fels kontrolliert doch bitte mal. Nicht loslassen. Und lösen. Sehr schön. Da sind schon Bauchelbogen. Das kämpft kurz. Mach mal eigentlich. Es geht um den Reiz. Es geht um den Reiz. Okay. Entspann dich mal. So. Jetzt fangen wir erst an. Wie ihr seid. Wie der fehlt sich der Stand. Spannt die Bauchmuskulatur an. Also rein. Abnehmen. Wieder aus. Abnehmen. Bauen wir mal nach hinten. Schön raten. Macht euch mal ein bisschen länger. Ein bisschen länger werden. Schultern zurück. Die Hände. Jetzt bezieht ihr eure Hände. Und stellt euch vor, ihr habt eine Waage. Waagschale. Rechts und links die Waagschale. Und stellt euch vor, ihr würdet die Waagschale zu gleichen Teilen runterdrücken. Jetzt müsstet ihr Spannung im Bauch haben. Drückt mal die Waagschale runter. Elbungen sind gleich gebeugt. Bauchlabel ist nach innen gezogen. Spürt ihr das? Müsst ihr das? Im Bauch? Genau. Sehr gut. Und jetzt stellt euch vor, ihr wolltet die rechte Waagschale ein bisschen weiter runterdrücken. Weiter runterdrücken. Mehr Spannung in den rechten Arm, die rechte Hand. Den Bauch nicht loslassen. Nochmal. Bauchlabel wieder nach innen ziehen. Spannung halten. Sehr gut. Potenzial mal beide Beine hoch. Also beide Füßen hoch. Sehr gut. Und lösen. Also. Ich spüre, das ist eine Ganzkräftigung. Ganzkörperkräftigung. Auch die Aktion fragt. Ich glaube, in der Mitte ist gefragt. Mein Sintel fragt. Ganz wichtig. Das Gleiche machen wir jetzt zur anderen Seite. Wir machen mit der Oberkörper lang die Schultern zurück. Ganz wichtig. Ein Ausatmen. Mit der Ausatmung der Bauchnabe im Hinblick. Immer richtig bewusst atmen. Bauchnabe im Hinblick. Der hält. Beine kommen direkt schon mal hoch. Die Füße. Und jetzt die Waagschale. Tariert euch erstmal aus. Spürt die Bauchspannung. Und jetzt drücken die linke Waagschale. Die linke Waagschale. Die linke Waagschale geht runter. Ellbogen gleich gebollt. Nicht durchdrücken. Dann. Wer kann. Ich glaube, wer das kann. Nehmt diagonal nochmal das Bein dazu. Hoch. Ich darf hier nicht. Achtet mal drauf. Hier die Waagschale verschieben drückt. Also es geht wieder auf recht. Ne, die linke Waagschale. Bleibt unten. Beobachte das. Und jetzt ist der Bauch noch fest. Kontrolle. Beides lässt man jetzt den Bauch los. Ablegen. Sehr schön. Und zurückkommen. Super. Die Waagschale, dass es euch vielleicht warm wird. Das ist die tiefe Muskel, dafür das jetzt gefragt. Die Able. Auch wenn das die Waagschale fällt, um die zu doll zu spüren, ist wie bei Olaf, der dann bei der Äpfel reinbringt. Hier geht es um die Tiefe. Um die kleinen Muskelgruppen. In die Neid daran, dass es nicht warm wird. Dass sie also was tut. Super. Wieder die Waagschale. Ein Ausatmen. Mit der Ausatmung. Bauch nach innen. Schultern wieder nach hinten. Bauch fest. Jetzt drückt ihr eure Waagschale beide Seiten gleichmäßig. Und stellt euch vor, ihr müsstet jetzt Gewicht von der rechten Waagschale runternehmen. Bleibt fest. Und die rechte Waagschale wollen wir leichter werden lassen. Also die Hand entspannt sich und wird weniger. Beobachtet wieder, wo entsteht Spannung. Wo kommt sie die Kraft. Ganz noch. Sehr schön. Versucht die Hüfte gerade zu lassen, nicht auszuweichen. Spannung im Bauch und kommt noch ein bisschen nach vorn. Sehr gut. Einhalten halten. Die Hand wird immer leichter. Die rechte. Und lösen. Zurück kommen. Ihr könnt sie natürlich sofort, also sofort, auch ein bisschen länger machen. Die trainiert sind unter euch. Die trainiert unter euch. Die machen die Hand noch ein bisschen länger. Ein bisschen mehr Druck. Oder sie sind länger im Rücken. Also bewegen sich noch ein bisschen näher. Der letzte Waagschale. Ausverlieren. Bauch. Nabe nach hinten. Aus. Innen die Bauch. Die Bauch. Schulterblätter zurück. Nacken lang. Bauch. Und jetzt die linke Hand. Die linke Waagschale leichter werden lassen. Nicht wegkippen. Rechts. Nur links leichter werden lassen. Mach dich lang. Wenn es länger. Schultern zurück. Nacken lang. Bauch. Ist ja noch fest. Kontrolle. Meistens lässt du irgendwann zu lange Anspannung den Bauch los. Bauchland ist ja immer noch angespannt. Die linke Waagschale ist ganz leicht. Hinten mal Spannung raus. Sehr schön. Okay. Und ab. Und ab. Und wieder zurückkriegen. Jetzt räumen wir uns aus den Rücken. Ab und nach tief durch. Ausatmen. 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 Auf den ganz lang bezogenen Bauch. Bauchlaube hält. Jetzt hebt ihr beide Beine. Wie ihr seht. Legt die Ferne eng ans Gesäß. Zieht die Fußspitzen ran. Und stellt jetzt nur die Ferne zum Boden und kommt wieder hoch. Schön langsam. Geht die Fußspitzen ran. Okay. Nur so antuschieren. Abstellen. Und fühlt mal. der Fußspitzen ran. Der Fußspitzen. runter. Hier ist die Festigkeit. Einmal rücken. Cool jetzt da. Die haltet ihr. Die bewegt sich nicht mit. Die geht nicht rauf und runter. Sondern die bleibt fest. Gart aus dem Bauchmuskel. Halten wir einfach mal. Mit den Füßen in der Luft. Ferne schweben. Das ist kurz über den Boden. Jetzt so lang. Entzug über die gerade Bauchmuskel zurück. Sehr schön. Ist nun hier hoch. Über die Beine. Strecken. Und Beine. Strecken. Und Beine. Strecken. Strecken. Und Beine. Und Beine. Spürt immer den Bauchmuskel. Immer wieder ein Lachstier. Das. Bauch innen ziehen. Kleine Kuhle lassen. Die bewegt sich nicht. Da passiert nichts. Das ist nur für die Spannung der Bauchmuskulatur. Sind die Bewegen. Wenn die Bewegen jetzt ausgeführt. Super. Sehr schön. Die tiefen Bauchmuskeln sind das hier. Die gefordert sind. Nicht ganz so spektakulär. Aber. Ihr spürt sie vielleicht. Oder ihr spürt sie vielleicht morgen. Super. Und halten. Und nach. Ganz herren runter. Lange dann wieder hoch. Und eins, zwei, drei. Ab. Eins, zwei, drei. Auf. Eins, zwei, drei. Ab. Eins, zwei, drei. Auf. Eins, zwei, drei. Ab. Und eins, zwei, drei. Auf. Ein letztes Mal. Und mal ablegen. Am Bein strecken und entspannen. Dann. So, ich bin durch mit dem Bauchbogen. Direkt und streckt euch jetzt nochmal auf den Bogen. Also ihr geht euch hin und stellt euch vor, ihr seid da aufgewacht. Ihr könnt die Augen schließen. Naja. Oder ihr hört meiner Stimme zu. Genau. Geht euch mal entspannt hin. Atmet ein und stellt euch vor, mit der Einatmung wird der Bauch groß wie eine Luftballung, als in die Luft reinflüchtet. Groß werden lassen. Und mit der Ausatmung fällt der Bauchnahme nach innen. Und der Luftballung fällt wendlich zusammen. Wieder einatmen. Groß werden. Und mit der Ausatmung. Jetzt sucht euren eigenen Atemrhythmus. Entspannt euch. Lasst ihn einfach mal. Atmet einfach. Einfach nur atmen. Dann nehmt ihr den rechten Arm. Zieht ihn über den Kopf. Das könnt ihr, glaube ich, nicht sehen. Jetzt nehmen wir rechts und links, damit ihr es sehen könnt. Und zieht ihn mit jeder Einatmung in die Länge. Und mit diesem linken Arm, das rechte Bein. Mit jeder Einatmung, dann legt ihr länger und zieht diagonal. Entspannt euch. Versucht euch zu entspannen. Der ganz westliche Körper ist entspannt. Nur rechte Bein, linke Arm sind. Angespannt und zieh mich in die Länge. Atmen und entspannen. Wechsel. Andere Seite. Das linkes Bein. Atmen. Entspannen. Jeden Abend länger werden. Mit dem Abend ruhiger werden. Entspannt euch. Fühlt den Bauch, die Bauchdecken, wie sie sich hebt und senkt. Seid ganz ruhig. Entspannt euch. Super. Das löst ihr. Dann zieht ihr beide Fußspitzen ran. Dehnt nochmal die Wade. Spannung. Löst auch das. Reiß mal die Schultern. Auf den Liebengittern. Jetzt drückt ihr mal beide Hände, die Ellenbogen und auch die Schulterblätter in den Boden. Und baut Spannung auf. Halten einen Augenblick. Und löst die Spannung. Noch einmal. Spannung aufhauen. Füße, Drücken, dran ziehen. Waden. Spürt sie. Hände, Po, Rücken, Ellenbogen. Alles anspannen. Festmachen. Spannung halten. Richtig festmachen. Drückt euch in den Boden. Oder drückt die Körperteile in den Boden. Und dann löst ihr und schüttet euch mal durch. Dann kommt ihr über die Seite zum Sitzen. Sehr schön. Und drückt nochmal nach vorn. Und von hier aus. Was ist das hier? Schön dritten Advents. Ja, schön dritten Advents. Dann würde ich einfach mal sagen, auch die Susanne hat euch ganz toll lieb. Das kriegt ihr alles gerade mit. Ich hoffe, dass euch das so gefällt, wie wir das gerade anbieten. Ich bin ja mehr der Grobschlosser und mehr der für das Power-Training zuständig ist. Und Susanne, versucht euch nochmal mit dem Körper anders anzusprechen. Mit der Tiefmuskulatur. Und das ist ein anderer Ansatz. Ich hoffe, dass diese Wischung aus Grobschlosser und Feinheit gut für euch ist. Ja, ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Einen schönen dritten Advents. Und wir warten mal, was am Montag auf uns zukommt. Die Pandemie wird vielleicht ausgeweitet. Im Sinne von Verordnung wird erweitert. Also mal gucken, wie das wird. Ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, sehen wir uns Montag, wenn ihr mögt. Und wieder auf Hancock TV, 18 Uhr, Training mit Boxcoach Olaf. Und ich kann nur sagen, ihr seid super spitze, macht weiter, haltet durch und fit und gesund durch die Pandemie. Mehr kann ich nicht sagen. In diesem Sinne, schönen Feierabend. Danke. Ciao, ciao. Ja. Super. Wenn du hier stehst, hier an der Seite, du musst leider so ein bisschen in die Mitte gehen. Dann bist du weg für alle und schwupps quasi weg und schwupps, jetzt nichts mehr. Leider ist das so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich muss mal gucken, dass ich das mit dem Ding hier drauf mache, dass ich hier das kriege. Hallo. Hallo. Ich acht. Wie bitte eins. Oh, ich muss an. Ja? Ja? Wie bitte eins. Elektronische Dann, ich muss auf den Teufelzeichen exilenieren. Ja, was soll man gleich essen? Hey! Oh! Komm! Oh, das geht hier aber ganz gut zusammen. Ich bin da gleich mal. Hallo! Ja! Hi! Hast du mich getrunken? Ja, schön! Schön! Ja! 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 Okay! Ja, oder schick mich ja mal nach hinten. Dann kann man jetzt mal weiter hin, ja, und ich würde jetzt zurückgehen. Ja, schick mich mal. Sieht mal bei uns anders. Ich muss auch zurückgehen. Aber das siehst du ja. Jedes Mal schiebt er mich weiter nach hinten. Aber das würde ich mal gerne nach hinten. Ich kann es nur auf diesen Weg. Ja, das ist ein bisschen zu weit. Ey, das ist doch sehr. Guck, Daniel, das ist so scheinbar. Hm? Hm? Also eigentlich sind wir durch. Wir sitzen ja hier jetzt. Also... Ich bin nicht ganz durch. Einen. Nein. Nee. Ich bin nicht...